Ja, nicht anpinkeln, ja. Okami. Bam, bam, bam. Na komm, Bombe. Komm, 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 komm. Du hast eh nicht mehr viel Leben. Jetzt gib mir meine restlichen Techniken wieder. Nee. So, ich will die Bombe genau da. Danke. So, jetzt bist du. Oh. Oh, Mann. Komm. Oh, Kami. Ah, ficken, hat nicht gereicht. Und ich will eigentlich keine Schriftrollen und keine Angriffsverstärker für den letzten Kampf nehmen. Ich meine, er ist an sich nicht schwer und ich möchte das hier nochmal genießen. Also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich das hier nicht zu schnell mache. Aber ich will selber meinen Spaß mit diesem Kampf haben, weil mir persönlich gefällt er halt sehr. Komm, kann ich dich nicht einfach von hier schlitzen? Doch, kann ich doch. Und nicht pinkeln. Komm, das letzte bisschen noch, Okami. Komm. Löschen wir ihn wieder. So. Und bitte sehr. Wie sieht's jetzt aus? Habe ich dein Leben runtergekriegt? Was willst du jetzt? Na komm, kannst eh nichts. Ah, jetzt fängt der Spaß an. And. Dreimal Feuer. Das heißt, er gibt mir Feuer. Ganz toll. Mit dem Feuer kann ich aber noch nichts anfangen. Komm her. Oh, ich hasse seinen Feuer. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. So einfach nicht. Ah, ich kann das nicht zurückschaben? Doch, ich kann das vorher zurückschlagen. Dann machen wir das doch. Na komm, wat willst du? Komm schon. Äh, ja, das hat's nicht gebracht, ne? Na, komm. Boja. Jetzt kommt Eis auf mich zu, was eher von Nacht heißt. Ja, 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 ja. Alter, der zieht aber ordentlich, wenn er eintrifft, behaupte ich mal. Kann ich dich nicht einfach mit einer Bombe runterholen? Nee, geht nicht. Na dann. Feuer, Feuer, Eis. Komm, blocken. Blocken. Ich besiege ihn einfach nur mit seinen eigenen Waffen. Hat doch was. Bäm. Oh, was haben wir jetzt? Donner? Ah, nee, ich hab ihn... Gut, ich hab ihn kalt gelegt. Sauber. Damit kriegen wir die nächste Technik. Das wäre... Zeitlupe schon? Sturmwind. Den hab ich ja total vergessen. Das heißt, damit können wir einfach mal... Ihr habt das Feuer hier ein bisschen entfernen. Was auch ganz angenehm sein kann. Gut, gefällt mir. Männchen. Ups, falscher... Wie ich immer die falsche Taste drücke. Ich will nur mein Leben nochmal ein bisschen aufladen. Ich vertraue mir selber nicht. Ich meine, der Kampf macht mir Spaß und alles, aber ich muss sicherheitshalber doch ein bisschen mehr Leben nehmen. Die nächste muss aber Zeitlupe sein. Es muss jetzt Zeitlupe kommen. Ach, Inferno kommt doch erst noch. Okay. Finde ich aber gut. Jetzt können wir nämlich das ganze Eis hier erstmal schmelzen. Gefällt mir. Na komm, was hast du als nächstes? Darf ich mir wieder was aussuchen? So. Was kommt da raus? Moment. Willst du das von mir? Hast du davon? Ich zünde einfach deine Kugel da drin an. Ey, das zieht sogar ganz gut. Der sieht ziemlich schon am Verrecken aus. Es läuft gut, Leute. Es läuft gut. Es läuft. Es läuft. Wir haben den Kampf in der Tasche. Denke ich mal. Lange sollte das nicht mehr gehen. Aber gut, da hat er wieder einen kurzen. Das heißt, er fällt wieder runter und gibt uns... Gibt er uns jetzt die Zeitlupe vielleicht? Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Puh. Schauen wir mal. Nebelschleier. Na endlich. Gut. Und Schlitzer. Und Schlitzer. So, erstmal wieder Feuer. Blocken. So, die Form haben wir auch erledigt. Wie viel Witze noch? Und Okamis Arsch brennt. So, was kommt jetzt? Wir haben noch nicht alle Pinseltechniken wieder zurück. Okay, jetzt fängt er mit Blitzen an. Gut, 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 gut. Ah, an die Form erinnere ich mich noch. Und stimmt, die Katzenform, da fehlt auch noch. Aber gut, alles zu seiner Zeit. Ja, ich würde dich gerne schocken, aber das kann ich nicht. Ah, das da kann ich höchstens schlitzen da drin. Wenn sich das Ding öffnet. Raketen, die können wir abwehren. Wow, 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 wow. Nein. Gut. Na, komm. Finde ich gut, wenn er da mal aufmacht. Ah. Oh, ein göttlicher Gesandter kam eben und hat mir geholfen. Fand ich gut. Ich muss das nur auch einsammeln, ne? Komm, 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 komm. Komm. Nein, nicht immer pinkeln. Okami. Böser Hund. So. Zeitlupe. Jetzt komm her. Moment. Ich kann das nicht wirklich... Gut, dann machen wir das so. Anders komme ich nicht ran. Geist kann ich nicht mal lenken. Wow, 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 Vorsicht. Die Form ist wirklich ein bisschen härter, finde ich persönlich. Wow. Moment, falsch gezeichnet. So. Wow, 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 wow. Aber sie macht Spaß. Ich mag den Bosskampf sehr. Moment, du bist gerade offen. Komm mal her. Dreh dich mal zu mir. Puh, so, da oben. Nächste Form. Müsste... Lass mich überlegen. Donner? Ne, die Katze. Katze müsste die Form sein. Ja, Katzenfuß. War eh klar. Das können wir uns jetzt auch zunutze machen, wenn wir da hoch wollen. Moment, machen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, was das für einen Sinn hatte, aber schauen wir einfach mal. Das wird ja nicht umsonst sein. Ah, hier kann man sich noch was einverleiben. Ach, ne Vergeltung. Ach komm, die benutze ich nicht mal. Wobei, wieso nicht? Wenn ich sie schon finde. Vergeltung, wieso nicht? So, jetzt komm her. Jetzt kannst du mir gar nichts. Schlitzer. Na komm. Bam, 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 bam. Oh, oh, rüber. Na komm, was war das Ganze noch? Ja, wenn du nur dasselbe machst, kann ich dir auch leicht ausweichen, mein Freund. Du spammst das jetzt, oder? Dann spam ich auch. Häm, 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 häm. So, was hast du jetzt? Moment, da sah... Ich seh's aber. Schlitzer. Ah, fuck. Das war nicht schön. Komm, 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 komm. Komm, gib mir doch mal eine Möglichkeit. Gib mir doch mal was. Raketen bitte, oder? so. Schlitzer. Hast du davon. So. Na ran. Oh, da gibt's Energie. Will ich haben. Schlitzer. Kann ich da eine Bombe reinmalen? So, komm schon. Du willst doch sterben. Du willst es doch. Oh, du ekelhaftes Vieh, ey. Mann. Aber der Bosskampf ist wirklich nicht so einfach, sag ich mal. Also er hat leichte Phasen und schwerere, aber diese Phase hier ist definitiv eine der schwereren, hätte ich gemeint. Aber gut. Der kann auch nicht ewig gehen. Schlitzer. Ja, mein Leben geht wieder runter. Ich hoffe, ich hab genug Heiler für den Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so viel heilen muss. Nicht so viel. Und jetzt müsste Donner kommen. Wenn jetzt Donner kommt, dann ist der Rest ein Kinderspiel. Na endlich. So. Es sind hier nicht umsonst die ganzen Blitze und damit können wir nämlich ordentlich schaden. So. So, da kommt das Ding aus dem Arsch gefallen. Und jetzt kann ich es nämlich richtig angreifen. Zeitlupe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zeitlupe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zeitlupe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So läuft das. So mach ich Schaden. So kommt das Ding auch raus. Aber gut. Wir sind noch nicht fertig. Der Kampf dauert noch ein bisschen. Oh. Dann kriegen wir jetzt schon die letzte. Eis. Müsste es ja sein, oder? Jo. Das heißt, wir haben all unsere Pinseltechniken jetzt wieder. Jetzt stehen wir ihm mit voller Kraft gegenüber. Jetzt können wir nur noch gewinnen. Komm her. So gefällt es mir. Okay. Wie er sich einfach spammen lässt. Ich finde es gut. Na komm. Bam, 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 bam. Nein, ich bin genokami. Bam, 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 bam. So. Na komm. Wat willst du noch? Das gefällt mir gut, wenn du das machst. Kann ich dich nämlich ordentlich schocken. Zeitlupe. Moment, kann ich das noch auf die Kugel lenken? Bringt das was? Naja, nicht wirklich. 1, 2, 3, 4, 5. Moment mal, eigentlich wollte ich es nicht machen, aber das zieht so wenig. Lass mal sehen, wie viel mehr zieht denn das jetzt? Ah, doch, ne Ecke schon. Zeitlupe. 1, 2, 3, 4, 5. Du Vieh! Na komm. Na komm. Da hinten Raketen. Oh, jetzt will er es wissen. Jetzt kommen Raketen und Feuer und alles auf einmal. Endzeitlupe. Damit wir das auf alles ablenken können. So, komm schon. So, wo ist ne Wolke? Da ist ne Wolke direkt hinter dir. Ich seh sie doch. Da. Hallo, Spiel. Hat das noch gezählt? Ne, natürlich nicht. Wieso hätte das auch zählen sollen? Niemals. So, Moment. Wenigstens ist es also fair und macht es direkt nochmal. So, kommt direkt aus dem Popo raus. Zeitlupe. 1, 2, 3, 4, 5. Zeitlupe. 1, 2, 3, 4, 5. Zeitlupe. 1, 2, 3, 4, 5. Schlitzer. So, das war's. Hat ein bisschen gedauert, ey. Ich hab ja gesagt, der Kampf dauert, ne? Aber gut. Hatte aber was. Hat mir persönlich echt sehr gefallen. Allein die Tatsache, dass man nichts hatte und dann sich alles holen musste. Die Tatsache, wenn wir es herst. Jetzt, gerne kommen. Vielen Dank.